Wir müssen einmal zu Nähe hin. Ja, Nähe. Ja, Bibi. Nö, bleib schon draußen. Hallo. Hi, Schatz. Ja, mein Cousin. Ja. Langsam, langsam. Okay. Was? Die Schülle ist ja aber auch wohl geworden. Ja. Warte kurz. Hi, Meringue. Hi. Hi, Mäßchen. Nicht so rein, sondern nur so dran eigentlich. Hm? Nein. Wir gehen, Matt, wir gehen einmal gerade durch und so rum. Geh ruhig weiter. Geh ruhig weiter. Mäßchen. Mäßchen. Okay. Oh, Irati. Danke. Irati. Hallo. Oh, sorry. Hallo. Hey, Rati. Hallo. Da ist auch noch. Mhm. Hallo. 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 Ja, Schatz. Ja. Ja. Ja, ist gut, Schatz. Ey. Hey. Ja, ich bin. Ja. Ja, ich bin die Paare. Die müssen hier zu sein, aber ich sehle. Die sind hier zu sein. Ich bin ein paar Bühne. Hallo, David. David ist die gute Seele des Tierheims. Hallo, Olivia. Hi, Anton. Hi, Anton. Hi, Schatz. So, dahinter brauchen wir nicht. Hola, Zeus. Oh, Baba, 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 Lola, Ivan. Cool Land. Cool Land. Hallo, Schatz. Hallo, Tango. Hallo, Michikitas. Der Verrückte, ne? Der Verrückte. Gesundheit. Hallo, Pinchu. Hallo, Pinchu. Hallo, Pinchu. Du klein, dann guckst du auch. Nee, du klein. Bei denen kann ich auch. Willst du nicht essen können? Er ist ein Pisch. Schatz und Spass aus dem Boden. Aber auch wird die Hüge. Schatz. Und die Hüge. Es wird ein Pisch. Julia! Julia, ihr habt eine Bühne. Fabio! Julia, ihr habt eine Bühne. Das sind keine Quarantäne, das sind nur die Welpenboxen. Deswegen hast du die Desinfektions-Button dafür.